Herzlich Willkommen zu Jagdmüster X zur Aufgabe C3 des Känguru-Wettbewerbs 2020. In drei quaderförmige Glasbehälter gleicher Breite und Höhe, jedoch unterschiedlicher Länge, wurde je ein Liter Saft gegossen. Von vorn sah das wie auf dem Bild rechts aus. Eines der folgenden Bilder zeigt, wie die drei Behälter von oben aussehen. Welches? Ist es A, B, C, D oder E? Wir wünschen euch viel Spaß beim Lösen dieser Aufgabe und bis gleich! Wir haben also drei quaderförmige Glasbehälter. Alle Glasbehälter haben die gleiche Breite und in allen drei Glasbehältern befindet sich die gleiche Saftmenge, nämlich ein Liter. Wenn wir nun von vorn schauen, dann sehen wir, dass die Flüssigkeitshöhen aber verschieden sind. Und wenn sich nun aber in allen Behältern die gleiche Flüssigkeitsmenge befinden soll, was können wir dann über die Längen der Glasbehälter aussagen? In dem Glasbehälter, wo die Flüssigkeitssäule am geringsten ist, dieser Glasbehälter muss am längsten sein. Und das bedeutet, wenn wir von oben schauen, dass wir dort dann die längste Säule sehen. In dem mittleren Glasbehälter, dort haben wir die höchste Flüssigkeitshöhe. Und das bedeutet, dass dieser Glasbehälter die geringste Länge haben muss. Das heißt, die Säule, die wir dann von oben sehen, müsste dann ungefähr so aussehen. Und in dem ganz linken Behälter haben wir eine mittlere Flüssigkeitshöhe. Das heißt, dort müssten wir dann auch eine mittlere Länge haben. Und das könnte dann von oben vielleicht ungefähr so aussehen. Und wenn wir nun unsere Lösung mit den Antwortmöglichkeiten vergleichen, dann sehen wir, dass die Antwort A die richtige sein muss. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis zum nächsten Mal.